Moin, moin HSV-Fans. Ich melde mich hier noch mal von Volksberg. Es ist immer wieder schön, hier am Volksberg zu sein und dieses herrliche Stadion zu sehen, die Arena, unser Wohnzimmer zu betrachten. Ich bin der Meinung, jetzt muss das auch langsam wieder weitergehen. Ich wünsche natürlich allen HSV-Fans, die ganze HSV-Familie ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und natürlich auch für die Mannschaft, für die erste Mannschaft, auch für die U21, für alle Mannschaften ein schönes Weihnachtsfest. Ihr wart alle klasse, ihr habt erfolgreich Fußball gespielt, von ganz unten bis ganz oben. Helmpeter ist begeistert, nur so geht das. Und dann noch mal einen besonderen Glückwunsch auch an Piet Reimers von der U21 mit seiner Truppe. Der hat das nicht einfach. Der muss immer wieder Leute abgeben an Tim Walder. Also und hat immer wieder eine gute Truppe dabei. Und mein Freund Tom Sanne trifft, wie er will. Ich freue mich für den Jungen. Kommt größer wie ein Hund und ist agil im Sechzehner, weiß genau, was er zu machen hat. Aber ich will keine einzelnen Leute erwähnen. Es sind alles gute Leute in der U21, die wissen genau, was da läuft. Ohne Fleiß kein Preis. So und dann noch mal zu Tim Walder mit seinem Trainerteam auch. Alles Gute. Herzliche Grüße von Helmpeter. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und den ziehen wir richtig auf. 23. Da freue ich mich schon drauf. Alles Gute. Nur der HSV. Tschüssi. Morgen Morgen aus Hamburg. Hau rein ins Tango. Tschüssi.